Und zurück zu Black Ops Abschluss bestätigen mit Eugen, Nils, Stefan und meiner Wissheit Also sind alles Idioten Ist doch auf oder was? Ja Hab ich ja nicht gerade gesagt Nein, der macht ne Ansage, aber auch Spaß So, ich hab alle Ja, einfach nur so Guck mal was raus wird Nein Bam Also ich bin mit Razorback Bin gerade am Hochlevel Normalerweise zock ich die Vespa Aber ein bisschen Abwechslung schadet auch nicht Ach, fick dich Oh, Entschuldigung Beleidung, du beleidigst, habt ihr nicht gehört, Kinder Alle jetzt weghören Alle kleinen Kinder unter 18 weghören Boah, Junge Ich find die Map voll nicht Sehr geil Ich werd voll der Shotgun-Nook Wer, du? Ist doch voll der Shotgun oder was? Ja, Weltmeer, ja Ganz auf Nils I like it I don't like it Kann man ruhig einfach mal stuf schießen Irgendwas trifft man schon Irgendwas trifft man, Hauptsache irgendwas, ne? Also die ganze Zeit einer Hütte Meins? Ja, kannst du auch haben Ich wollte, dachte mir noch einer Deswegen hab ich nach vorne geslidet Meins? Kannst du auch ruhig gerne haben Ja, genau Iron Back Ja, genau Baut mir alle Kills Ja, ist klar Da ist einer Steff, Steff! Oh! Ja, Steff, genau Er hat mich als erstes aufgeklärt, aber Hauptsache stattdessen Ich dachte, du hättest ihn nicht gesehene Singen Komm, schau Boah, really? Steff, dein Ernst schon wieder, der gleich Ich hab keine Muni Holy Plünder Ja, hab ich, aber ich benutze den Muni Junge, kann man drei Leute um die Ecke Oh, ja, einen hab ich davon nur gekriegt Steff hat alle gekriegt Toll Ne, drei sogar Ne, kein Abschluss Läuft für die Ecke Er hat beinahe hier Äh, Nils, drück mal da, bitte What the fuck, say? Mein Gott, die Runde Es war keine Aufforderung, mitzusingen Bänder! What the fuck? Oh, komm! Oh! Ich schreib schon wieder, den Gestörter Mein Gott, ey, das ist voll die schlechte Runde, ey Au, au, au Ich weiß gar nicht, was du hast 12-4 Ja, 12-4, du, ja Ich guck mal, was hab ich 1-8, yeah Ja, ist doch genauso, wie ich es verdient hast Du hast nie wieder was zu essen bei mir Das ist geloben Stimmt allerdings, trotzdem Ja, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich Ich hoffe, ob der mich trifft, weißt du Rechte Runde, Peter Ja Oh, ja, komm! Komm doch! Oh, ich zock jetzt die Vespa, ist mir scheißegal Ja, der scheint, wenn du möchtest Ich komm gleich in dein Gesicht Gefällt dir das? Au, 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 da war noch einer, da war noch einer oben Von hinten kam noch einer Stehst du da drauf? Oben in dem scheiß Ding, da sitzt schon wieder einer drinnen Oh, ja, ich hab grad versucht, rauszukriegen Ey, du Penner What the fuck, say? Oh! Ringy, dingy, 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 dingy Nein, das war auch keine Aufforderung für dich Hab schon Mein Gott, ey Dünn mir doch das bisschen Entschuldigung Boah, da hat einer seine Spezialfähigkeit Boah, da hat einer seine Spezialfähigkeit Boah, da hat einer seine Spezialfähigkeit Ja, hat der auch Ich geb mir jetzt Tierschrank Ich fühl die Map nicht gerne, ey Oh! Ich lad nie wieder nach Oh man Hab dich gerecht, Peter Nein, ich hab Tadensystem aus Versehen Aktiviert, scheiße Ist doch gut Dann sieht ich mir jetzt keiner, wie hässlich du bist Ab die Drohne AHHHHH Hast du draußen Nee, jetzt vorbei Ah, Mist, gebutscht Hab dich gerecht Danke Danke Aber er wird mir gerade die Mache klopft Ich war da Ich bin selber gestorben Boah, dieser Sen, ne Oder wie der so ein Traum Äh, da ist ein Geist im Objekt Oh, das ist das Gebiet Was? Was? Was ist das? Was ist das? AHHHHH Hast du drei Leute mitgekillt Im Sinn, weißt du Und dann guckt sowas Wo ist der Geist? Da Na, guck mal Oh, really Doppelbild Hab ich ihn zerstört Ja Schön Geht doch OHHHHH Sag mal Wie haben wir so ein Geist? Oh, fuck auf, ey Als ob der nicht stirbt, weißte Der VMP ist so nicht, ey Boah, kann man da von hinten, ey Könnt ihr nicht irgendwas machen? Was denn sterbt der da ist? Ich hab'n Boah, wie schlecht Ich glaub'n Nils ist besser als ich Ah, mein Gott Ich würd' mir Gedanken machen, ey Er spielt mit der Rotze Er spielt mit der Rotze Ja, ist auch nicht schwer mit der Rotze Boah Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, gibt's so extra so Dinger Ja, ich weiß, fällt der Name grad nicht an, wie die Dinger heißen dafür Äh, Tumpfysystem oder so Irgendwie sowas Boah, wer stand vor mir? Folgen Nächstes Alter, da sitzt schon wieder einer oben drinnen Ja, ist mega nervig, ey Im Fall, ey Ach, genau Ab ihm weg Eben, Wasser Eben, Wasser Boah Die Zeit schmeckt Boah, ist der Schwebeladung Komm schon Weg da Das ist aber unsere Schwebeladung Ja, ich hab grad gesagt unsere Hörst du mir zu? Nein Lass mich nicht mal einmal im Leben zuhören Halt Hau auf Oh, ich hasse Leute, die reinsliden, ey Nein, du Hure Nein, 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 nein Irgendwie sterben übersteuert dein Mikro dermaßen Seht ja uns alle, ey Meins? Ja Du piepst, wenn du zu laut bist Ja, wenn du zu laut bist, dann hörst du nur so Ip Alter, ich hab schon auf 70 gestellt, was willst du denn noch? Jetzt, ruhig, kenn das erst mal jetzt hier ohne Bände, bitte Wenn es geht, möchte ich gerne noch gewinnen, danke Nein Gestrichen Fertig Fertig Zeig kein Bock mehr Auf den Stad Fertig Hure, was? Oh, diese Schwule Insekts Was? Ich hab die nicht erwischt Ich hab das Ding doch in Luft gesprengt Injekten zwar wars Was für Vorräte Hä? Weil ich gerade irgendwie Viele Leute ins… ...kriegt habe ... und so nachkommen hat mich gerade sterben sehen auf meine marke einsammeln die rüstung anhaben deswegen spiele ich auch meinen bogen nicht mehr nein keine armen muss ein bogen jetzt hat das auch immer richtig weißt das ist viel geiler aufklären ja ach alter kommen diese brillante idee wäre ich jetzt nicht gekommen ein 44 und aufsätze läuft doch ja genau dritt neben na ja der wahnsinn ist ein typischer ja wir haben raps auch eigentlich mit mit hütchen und soße ich bin reingesleitet und die eine tötet mich auch noch der andere nicht die eine ja was war die gewinne halt auch noch ich glaube es doch nicht oder doch wenn wir uns ein bisschen anstrengen dann kommt es nicht aufgeräumt das läuft ja keiner vorbei vorsicht uns hat er schon wieder da falsche richtung nein hat sich gerecht da waren drei stück da kann ich auch nicht doch jetzt ja tüten können aber keiner von uns Prozent das abzuspielen und mann letzter schluss die sind ja eher schuld nur schlecht einfach nur aber nur gespräch reitern so sollte man das nicht werden als klar und zu rein bis zum nächsten mal